Hallo, ich empfehle dir heute ein großartiges Online-Training zum YouTube-Marketing von Stefan Beyer und Daniel Hauber von Baba Media. Dieses Online-Training kannst du kostenfrei belegen und zwar dauert das nur 45 Minuten, hat aber dermaßen viel Inhalt. Du erfährst, wie du genau Menschen auf YouTube erreichst, die deine Inhalte brauchen und du erfährst die wichtigsten Ranking-Faktoren für maximale Sichtbarkeit. Du kannst Stefan und Daniel direkt über die Schulter schauen. Sie erklären alles wirklich so einfach, in einfachen Worten, dass man das einfach nur noch nachmachen braucht. Und was auch ganz toll war, war der Inhalt, ein Teil des Inhaltes, da geht es um YouTube-Werbung. Das habe ich gar nicht gedacht, dass das so einfach ist. Das ist also wirklich wunderbar erklärt. So, und dann bekommst du dann für deine Teilnahme an dem Online-Training auch noch ein Geschenk. Unglaublich. Schau mir über die Schulter, wie ich mich angemeldet habe zu diesem Webinar oder zu diesem Online-Training. Damit du das genau so nachmachen kannst. Bis gleich. Wenn du unterhalb des Videos auf den Link geklickt hast, dann kommst du auf diese Startseite. Und zwar ist das die Startseite von dem Online-Training von BarbarMedia, in dem dir Stefan und Daniel ganz genau zeigen, wie du genau Menschen erreichst auf YouTube, die deine Inhalte brauchen. Du erfährst die wichtigsten Ranking-Faktoren für maximale Sichtbarkeit. Und du kannst Daniel und Stefan direkt über die Schulter schauen. Sie zeigen dir alles direkt live auf YouTube. Und das Tolle dabei ist, noch zusätzlich, du bekommst dann für deine Teilnahme an dem Online-Training ein Geschenk. Und zwar das Videotraining YouTube in 24 Stunden, ohne selbst vor die Kamera zu gehen. Dieses Training hat einen Wert von 297 Euro. Und das bekommst du geschenkt. So, dann schauen wir mal noch weiter runter. Hier siehst du, woher sie alles bekannt sind. Sie sind also wirklich sehr, sehr erfolgreich. Hier steht nochmal das mit deinem Geschenk, damit du das auch nochmal genau nachlesen kannst. Und hier steht nochmal beschrieben, wie das überhaupt mit dem Online-Training läuft. Und zwar meldest du dich an. Ich zeige dir das dann gleich noch, wie das geht. Dann musst du eine E-Mail bestätigen, die du bekommst, damit Daniel und Stefan auch genau wissen, dass du dich selbst angemeldet hast und nicht irgendjemand anderes. Und sobald du dann die bestätigt hast, bekommst du eine weitere E-Mail mit dem Link zu dem Webinarraum. Und sobald du dann zu dem von dir gewählten Datum und Uhrzeit auf diesen Link klickst zum Webinarraum, dann kannst du die Präsentation mit der Bildschirmübertragung sehen. Du brauchst dazu nirgends hinfahren. Du kannst das ganz bequem von zu Hause aus, meinetwegen auch von der Couch aus, verfolgen. So, und damit du überhaupt teilnehmen kannst, brauchst du also nichts weiter als einen Computer mit einem Internetzugang und einem Lautsprecher. Und du brauchst dann halt was zum Schreiben, damit du dir das alles merken kannst. Und dann kannst du entweder gleich hier unten oder auch hier oben, geht auch, klickst auf jetzt Datum wählen. Dann wird es ausgewählt. Hier kannst du draufklicken, um dir ein Datum auszuwählen. Ich wähle mir jetzt den Dienstag. Dann wähle ich mir eine Zeitzone, in der ich bin. Also ich bin ja in Berlin. Mein Vorname ist Roswitha. Und meine E-Mail-Adresse nehme ich die. Und dann auf jetzt registrieren. So, dann kannst du hier dir noch anhören, was der Daniel dir dazu erzählt. ... wie das Ganze abläuft in unserem Online-Training. Schau bitte, dass du ca. 15 Minuten vorher auf den Link klickst und dich vorbereitest. So, das höre ich mir jetzt noch weiter an. Und du kannst dir das dann, wenn du dich dann angemeldet hast, auch fertig anhören. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit deinem YouTube-Kanal und mit dem YouTube-Marketing. Und viele AHA-Effekte in diesem Online-Training, was du kostenfrei wahrnehmen kannst. ... ... ...